Für die Leute, die sich die letzte Folge von mir bei YouTube angeschaut haben. Ich werde jetzt gerade im Spiel an einem Stand sein, wo ihr euch denkt, hä, hat die ohne uns weitergespielt? Indirekt. Ich habe im Stream weitergespielt, aber der Stream ist mir leider abhandengekommen, weil ich keine Zeit hatte, den zu sichern. Und deswegen sind wir jetzt an einem leicht anderen Stand. Aber es sollte noch nicht der Weltuntergang sein, weil wir in Faithharm immer noch ziemlich am Anfang sind. Deswegen ist es nicht so dramatisch. Mich wundern, ich werde zwischendurch auch was hapsen, weil ich Hunger habe. So. Und das Gute ist, ich musste gerade diese Szenerie hier nochmal neu starten, das ganze Spiel, weil ich versehentlich eine Blume geerntet habe, die ich nie ernten wollte. Mir fällt gerade auf, dass ich jede Karte nochmal zeichnen muss für die Spieler ohne die Story-Infos, Geheimgänge etc. sollen die auch noch nicht sehen. Oh. Jetzt musst du die komplett neu zeichnen. Ach du Scheiße. Das ist ungünstig. Nee, hat der das gespeichert? Oh mein Gott, der hat das wirklich gespeichert. Ach ja, okay. Jetzt müssen wir warten, bis die Rose nachgewachsen ist, oder was? Oh. Funktioniert die Gießkanne denn nochmal? Bist du? Leute, wie gieß' ich? Wie gieß' ich nochmal? Ich hab die Steuerung vergessen. So lange nicht gespielt. Sind fast gleich weit, glaube ich. Hast du heute erst angefangen, oder? Obwohl, nee, dann wärst du ganz schön schnell gewesen, glaube ich. Ich hab ja auch schon acht Stunden oder so bestimmt drin versenkt in dem Spiel. Wie sie ist, ist ja ekelhaft, dieses menschliche Bedürfnis. Widerlich, oder? Widerlich. Warte mal, ich drück grad jeden Knopf, aber ich weiß nicht, wie... Gestern hast du angefangen. Ah, ja. Aber gestern musste ich den ganzen Tag heute das Geld spielen. Ich hab jetzt ja die Gießkanne ausgewählt. Ich weiß nicht mehr, mit welcher Taste... Okay, ich spiel mit Gamepad, das soll ich dazu sagen. Ich gießen kann. Nicht, dass ich hier gleich wieder die Blume ernte. Oder kann ich die gar nicht gießen? Ah, doch, mit X. Okay. X ist gießen. Dann kann ich die Blume einfach nur nicht gießen, oder was? Ah, doch, das geht doch. Hä, aber ich hab doch eben X gedrückt. Okay. Gut. Mysterium hat sich, äh... hat sich, ähm... verzogen. Seltsam, ey. Okay, mein Rookie ist voll. Dann lager ich mal ein bisschen was ein hier. Boah, er wirklich muss sich das ganze Spiel wieder lernen, ey. Ich hab's auch sehr vermisst, weiterzuspielen. Das hat mich echt in den Fingern gejuckt, ey. Aber ich hatte ja leider keine Zeit zum Strömen. Aber die kann ich jetzt ja einfach so stehen lassen, ne? Die weiße Blume, dass dann hoffentlich trotzdem die rosa Blume da mittendrin auftaucht. Ich hoffe es. Gut, ähm... Wir haben gegossen. Ähm... Dann geh ich jetzt mal zu Cleo. Oder ich guck noch mal, ob wir noch irgendwelche Samen haben. Aber ich glaube nicht. Ich hab Blumenkohl. Und versehentlich ne Rose geerntet, die ich nicht ernten wollte. Mal gucken, ob ich mich hier immer noch ein bisschen zurecht finde. Weil ich hab mich letztes Mal schon recht gut orientieren können in Faifarm. Das klappt eigentlich erstaunlich gut. Das schaffen Spiele selten. Ich glaub, weil einfach die Wege sehr gut miteinander verknüpft sind. Ich glaub, das macht's einfach sehr angenehm. Können ja einmal auch Blumenkohl da hinlegen. So, damit wir's einfach verkauft haben. Hieß es nicht, dass wir irgendwie auch den Markttisch auf Stufe 2 bringen können? Da muss ich nochmal schauen, wie das denn geht. So, wo ist Cleo denn? Wär wahrscheinlich sinnvoll gewesen, mal eben auf die Karte zu gucken, wo sie sich befindet. Weil da hab ich natürlich nicht nachgedrehen. Die scheint oben links, äh, also nicht oben links, aber im Westen irgendwie zu sein, ja. Im Westen. Ist das Spiel eigentlich zu leis, oder geht's? Das Gefühl, das Spiel wird irgendwie nicht lauter. Es scheint mir sehr leise für euch, ja. Wie bei Grafik oder Musik lautstärker, aber ich muss in lauter. Ist ja alles schon auf Maximum. Gefühlt ist heute irgendwie alles sehr leise. Ich weiß nicht warum. Ich glaub, jetzt könnte es gehen, oder? Ist immer noch viel sehr leise. Ich weiß ja, ob der Sound gerade irgendwo richtig stimmt, oder so. So, ich bin ja hier oben. Wo ist denn Cleo? Hängt die hier unten irgendwo rum? Nee, die ist doch nicht am Strand. Oh, das hier können wir gern alles einsammeln. Ah, jetzt haben wir, glaub ich, ein bisschen Sound, ne? Ich weiß nicht, warum alles insgesamt sehr leise ist heute. Aber jetzt hört ihr zumindest was. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo Cleo ist. Weil die muss ja irgendwo rumhängen. Du bist nicht Cleo. Cleo! Irgendwo hier soll es halt irgendwo hier sein. Mal schauen. Kann man hier die Blümchen nicht aussammeln? Ach, es waren keine Blümchen, sondern Beeren. Stimmt ja. Hier ist, ähm, der Honigmann. Der Bienenmann. Nee, jetzt bin ich schon wieder in Weststadt. Ja, wo ist sie denn? Also, sie ist ja auch ganz weit im Westen. Oder müssen wir hier noch weiter hoch? Ist sie vielleicht im Schneegebiet? Nee, das ist dann ja wahrscheinlich hier hinter den Wolken. Irgendwo. Okay, das ist das erste Mal, dass ich, glaub ich, jemanden auf Biegen und Brechen nicht finde. Ah, hier ist sie. Na, sie ist beim Hof. Hallo. Na, hallo. Du hast den scharfen Blick einer Entdeckerin. Äh, Aufgabe einlösen. Macht Magie nicht Spaß? Ganz zu schweigen davon, dass sie Zeit spart. Und wenn sie nicht gerade Naturkatastrophen verursacht und unsere Leben bedroht. Du scheinst bereit zu sein, noch ein bisschen tiefer in die Minen vorzudringen. Du bist bereit. Ich kann das in deinen Augen sehen. Diesen Funken des Abenteuers, der ein Lauffeuer von... alle möglichen entfachen kann. Ich konnte noch nie mit Worten umgehen. Ich habe dir etwas verheimlicht. Es gibt einen geheimen Schlüssel für die verschlossene Tür auf der 15. Ebene. Keiner weiß, was dort unten schlummert. Wenn ich allen von diesem Schlüssel erzählen würde, wäre es kein Geheimnis mehr. Aber tut mir leid, dass ich dir das verheimlicht habe. Geh hinunter zum Grund der Minen und schau, was du dort findest. Was auch immer es ist, hoffentlich frisst es dich nicht auf. Ich sehe viele weitere Abenteuer in deiner Zukunft. Ist das so? Bist du das Abenteuer-Orakel? Vielleicht lauert auf dem Grund der Minen ein Monster, das die Strudel verursacht. Wage dich hinunter, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, ich habe richtig Bock auf die Minen, ey. Ich möchte Gegenstände verprügeln. Nachher gibt es dann so einen ganz fiesen Plot-Twist, dass eigentlich diese Welt hier den beseelten Gegenständen gehört und den Menschen, die vertrieben haben. Und dann am Ende arbeiten wir dann mit den Gegenständen zusammen. Und dann endet das hier einfach in einem blutigen Krieg. Bin ich wieder so weit voraus, dass ich wieder der Almanach sein kann. Der Almanach, ja, stimmt. Ja, das ist jetzt halt bei allen so, weil ich jetzt halt nicht so viel streamen konnte die letzten Male, habe ich halt leider dieses Fae-Farm-Momentum so ein bisschen verpasst. Leider, obwohl ich halt richtig Bock hatte. Aber, ne, konnte ja nicht streamen. Und jetzt sind natürlich wieder alle sehr viel weiter als ich und werden nervös, wenn sie mir im Spiel zugucken. So, okay. Aber bevor wir in die Minen gehen, sollten wir uns irgendwie ein bisschen ausstatten. Dazu ist ja schon Nachmittag. Aber der Blume ärgert mich, ey. Achso, ich werde mal den, ähm, Blumenpol hier rauf feuern. Mal gucken. So, ich esse mal kurz was. Curious Tea, hallöchen. Schönen Sonntag dir. Ich esse kurz, solange es kocht. Oh, mir noch ein Ei. Ich mein, ich glaub, man konnte ja auch nicht so unendlich viel Essen hintereinander an sich reinstopfen, ne? Ich möchte eigentlich, weil... Wieso öffnet der denn jetzt den Eimer nach? Hä? Da ist mein Lager. Ähm... Ja, das Essen nehmen wir mal alles mit. Aber die, äh, die Rose könnte... Warum öffnet der denn immer den Eimer nach, das verstehe ich nicht? Warum macht der das? Hä? Ich will doch eigentlich nur in die Hütte ran. Hä? Stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch, Alma? Mit XF nehme ich doch eigentlich mein Lager hier. Hat doch eben auch so geklappt. Ich will doch gar nicht an den Eimer nach ran. Hä? Immer wenn ich dann zurückdrücke mehrmals, dann geht's. Aber hä? Dankeschön, Kui. Kui, was ist... Ich kann heute irgendwie nicht richtig reden. Entschuldigung. Ich will mit Tastatur, keine Ahnung. Okay, ey, ist keine Ahnung. Irgendwas läuft hier schief gerade. Ich drück ja auch nur X und dann sollte sich ja eigentlich der Lagerraum öffnen, wie eben schon. Und jetzt, keine Ahnung, schnallt er mir irgendwie die ganze Zeit den Eimer nach rein. Okay, da reden Leute draußen. Mordet reicht auch, alles klar. Ich glaube, über Curiosity stolper ich immer so ein bisschen. Ich hatte auch schon manchmal Probleme, wo es einen Bug gab oder so. Neustadt vom Spiel hat dir das mal geholfen, ja. Also wenn... Keine Ahnung. Ich hab's jetzt irgendwie zum ersten Mal erlebt, ey. Und zwar mein Erlebnis ist ja sehr bugfrei. Das hat mich ein bisschen gewundert. Okay, ich wollte schauen, ob wir hier die Blume oder mal einlagern. So. Warum der hier... Also das muss ja ein Bug sein, weil den Eimer nach, den öffnet man doch eigentlich... Hier rüber. Und das ist mein Lager. Was strange. Das ist ultra strange. Vielleicht müssen wir gleich wirklich immer neu starten oder so. Aber vielleicht hilft's schon, wenn wir einfach mal in die Minen gehen. Wobei sich das jetzt schon gar nicht mehr lohnt, weil es zu spät ist, weil ich hier so lange rumdoktern musste mit dem blöden Lager. Es gibt einen Shortcut für den Eimer nach. Ich weiß nicht, also... Wenn das so wäre... Weil X ist ja bei mir interagende Sachen verwenden. Deswegen macht's halt keinen Sinn, warum er hier den Eimer nach dann öffnet, wenn ich X drücke. Ich schau mal eben... Ähm... Controller-Karte. Das ist auch eine wilde Übersetzung. Das ist jetzt aber kein Shortcut für den Eimer nach. Das ist das E-Mob-Menü. Das ist das Inventar. Ist ja was verdoppelt belegt. Aber wie soll das passieren? Nein, ich guck mal nach. Aber wenn das so wäre, müsste ich ja jetzt über X auch den Eimer nach öffnen können. Das kann ich aber gar nicht. Das ist ja komplett unlogisch. Neu belegen. So. Naja, okay, der hat die Controller-Steuerung hier nicht mehr drin. Deswegen hilft mir das jetzt auch nicht weiter. Aber ich will mal gucken, ob der Eimer nach hier überhaupt mit aufgeführt wird. Ach, da, K. Ja, gut. Standardgrad bei Werkzeug benutzen. Das würde mich jetzt gerade mal kurz interessieren. Inter... Achso, so ja, einfach Mausklick. Ja, okay. Ja gut, aber ich mach ja... Ne, der Controller ist ja eh nochmal ein bisschen anders anscheinbar. Werkzeug benutzen, interagieren, X. Eimer nach wird ja hier zum Beispiel gar nicht mit aufgeführt. Ja, ich gehe... Vielleicht starten wir einfach mal eben neu. Das stimmt. Das muss ja irgendwie ein Bug sein. Oder ich gehe mal eben pennen und dann gucken wir mal, ob es noch da... Ob das Problem noch besteht. Weil jetzt gerade können wir zeitlich eh nicht mehr so viel reißen. Und dann können wir gleich nämlich entspannt in die Mine gehen, nachdem ich ein bisschen gegossen habe. Gucken wir mal. Habe mich noch ganz irritiert, weil wir jetzt ja noch ganz... Ganz früh... Also jetzt nach langer Zeit mal wieder spielen. Und dann war ich jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Okay, jetzt geht es ja auf jeden Fall in den Lagerraum. Okay. Mal gucken, wenn es nachher nochmal auftritt. Das war ja vorhin auch erst nach einer Zeit, dass es aufgetreten ist. Dann können wir nochmal neu starten. Ja, jetzt mit dem Blumen ist es natürlich ein bisschen unglücklich, dass man vielleicht versehentlich die Blume gießen möchte. Aber wenn die halt schon gewachsen ist, kann es halt sein, dass die natürlich dann... geerntet wird, ne? Weil Gießen und Sachen ernten auf der gleichen Taste liegen. Auf derselben Taste liegen. So, da Alma wieder der Alma nach ist, bezüglich Blumenkreuzen, da reicht es auch wieder, wenn die Blumen einfach wieder nebeneinander chillen und man wartet dann, dass bei dem anderen was wächst, ne? Ich hoffe, ich mache das so richtig. Weil links ist ja die Rose, die Rote. Und die hatten es ja, glaube ich, so erklärt, dass man irgendwie dann zwischen die Fläche freilassen soll, meine ich. Genau wie bei Animal Crossing. Allerdings kreuzen die Arten auch untereinander. Okay. Gut, danke schön. Huh. Yay. Das Gießkanne auffüllen. So. Dann sind wir ready für die Minen. Ich habe richtig Bock auf die. Müssen komplett gewachsen sein zum Kreuzen. Okay. Ja, meine Rote Rose war auch eben gewachsen, leider. Ich habe sie dann ja gleich mal sehnlich geerntet, ne? Weil ich dachte, ich gieße sie und dann hat sie sie direkt geerntet. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich dann. Ein D20 und Stealth to BG3 fails. Mir ist das aufgefallen, dass ich Dead Brains und BG3 spielen schlecht. Kein Problem. Oh, ich bin endlich im Unterreich bei BG3. Und ich habe endlich Gale gefunden. Ich wusste nicht, dass man super früh eigentlich Gale findet. Und ich bin scheinbar... Ich habe alles um ihn herum erkundet. Also wirklich auch bis auf den Zentimeter genau. Drumherum. Es war wirklich nur noch so eine Fläche, die ich scheinbar nicht lang gelaufen bin. Dieser eine Weg, wo Gale sich befindet. Wo man ihn dann trifft. Das ist ja so eine kleine Fläche. Und die war ja auch nicht schwarz oder so, also nicht unentdeckt. Aber an dem Weg bin ich nicht vorbeigelaufen. Ich bin immer links und rechts an dem Weg vorbei. Und dann habe ich mir Gale erst vor ein paar Tagen geholt. Und jetzt ist das Spiel einfach gefühlt um 300% leichter, weil Gale einfach typischer Magier ist, der ultra-OP ist. Warte, hast du nicht... Ich habe den komplett übersehen, den Bruder, ey. Komplett. Wo bin ich eigentlich? Sag mal, ich habe mich schon wieder verlaufen. Kann das sein? Nein, nicht ganz. Jetzt habe ich schon wieder... Oh Leute, jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Sachen eingesammelt. Und ich muss doch meine Tasche freilassen. Dann wollen wir noch kurz einen Abstecher zum Marktplatz. Aber Gale kackt bei mir mal ab, also so als erstes. Das geht, weil er bisher zumindest relativ immer weit genug wegsteht. Aber ja, ich bin auch noch nicht so weit. Ich bin ja gerade erst im Unterreich. Das ist ja auch ziemlich am Anfang. Oh, wo ist denn jetzt der Marktplatz? Ich werde bescheuert hier. Ich glaube, links gleich. So viel zum Thema. Ich kenne mich in dem Spiel mittlerweile aus. Ich muss mich erst mal wieder neu orientieren. Jetzt bin ich zu Hause. Wir werden heute ganz viel in die Mine gehen. Ja, ja. Seht mich an. Ich kenne mich aus. Alles verkaufen, einfach. Alles verkaufen. Drücke mal noch die falschen Tasten her. Verkaufszeug jetzt nur, damit wir Platz in der Tasche haben. Hallo, Panty. Einen wunderschönen Sonntag. Hallo. Wie geht's? Ist hoffentlich alles soweit im Loot. Gut. Versuchen wir uns jetzt wieder zu... Warte mal, konnte ich nicht schnell reisen? Kann ich hier noch gar nicht, ne? Ich glaube, das müssen wir uns freischalten wieder, ne? Glaube ich. Da war irgendwas. Wir brauchen doch erst mal wieder Siegel und so, ne? Um zu schnell reisen für die... zu den einzelnen Stationen. Irgendwas war da. Mami, ich finde die Meme nicht wieder. Ah, hier unten war das. Genau, hier unter der Brücke. Ich bin mal im Dark-Earth-Run und naja, man kann lustige Sachen machen, wenn man seinen Arm das erste Mal wirklich... Ja, davon habe ich auch schon so ein bisschen gehört, dass man da, ähm, interessante Dinge tun kann, ja. Kannst du von Station zu Station schnell reisen? Ich über die Karte leider. Ah, okay. Mhm. I understand. So. Genau, wir werden gleich wieder feststellen, dass ich wieder diverse Siegel und so brauche, ne? Hab ich mal kurz. Ja. Bisschen zu laut jetzt, das Spiel, ne? Hier auf der Treppe bin ich sicher. Ah, jetzt ist der Sound, glaube ich, okay. Bisschen laut noch. Hier wird nicht geschnappert. Ach, die Musik ist so gut. Die Musik ist so gut. Enlo. Ich muss leider Dinge verprügeln, es tut mir leid. Ich kann hier schon durchlaufen. So, und hier können wir, genau, gehämmertes Kupfersiegel. Ah ja. Aktivieren. Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch ein Siegel übrig habe. Ich glaube, das sind so die Dinge, die jetzt halt die Leute bei YouTube so ein bisschen verpassen. Weil ich den Streamen halt dazu leider nicht mehr habe. Dass die halt ein bisschen mehr an der Mine rumgeeiert sind. Und mittlerweile auch schon einige Werkzeuge aufwerten konnten und so. So, was brauchen wir denn hierfür? Auch wieder ein gehämmertes Kupfersiegel. Okay. Muss ich mir jetzt eigentlich immer merken, welche Siegel der braucht? Beim letzten Mal habe ich immer versucht, mir das irgendwie zu merken, welches Siegel er für welchen Raum braucht. Ich frage mich, ob es so eine Möglichkeit gibt, dass man da... Oh, das ist ein Schalter. Dass man sich das nicht irgendwie aufschreiben muss. Kannst du mir den Siegel im Menü nachgucken? Oh, sehr gut. Sehr gut. Beim letzten Mal habe ich mir nämlich immer versucht, das zu merken. Und das wird irgendwann ein bisschen anstrengend. Super gut. So, direkt rein. Hello Momo. Hallöchen. Wie geht's? Wie war deine Woche? Guck mal, dann habe ich hier sogar noch ein graviertes Kupfersiegel. Aber das kann ich noch nicht benutzen, weil wir noch ein Gehämmertes brauchen für den vorigen. Diese Räder sind so witzig, ey. Mit den Octopussen drauf. Ich habe das am Anfang auch im Zettel da aufgeschrieben. Kann ich das denn nachsehen? Bestimmt beim Alma nach, oder? Oder wo geht das? Obwohl, ne, der Alma nach ist wahrscheinlich ein reines Lexikon, ne? Weißt du, wo ich das nachschauen kann, Alma? Fortschritt vielleicht. Beim Verlies-Ding. Ah, da, ja, Sockel. Oh, voll gut. Ah, sehr gut. Ich frage mich, ob das da vorher auch schon stand. Weil ich habe das Spiel ja ein bisschen früher spielen können. Aber wahrscheinlich stand es schon vorher da und ich habe es nicht realisiert. Da siehst du, wo welches Erz wie oft vorkommt, etc. Genau, das, daran erinnere ich mich noch. Ich erinnere mich noch daran, dass da die Ressourcen angezeigt wurden. Und deren Wahrscheinlichkeiten. Aber ich erinnere mich nicht mehr daran, dass tatsächlich die Siegel mit angezeigt wurden. Weil das weiß ich nicht noch, dass ich das beim letzten Mal auch nachgeschaut habe, mit den Ressourcen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das bei meiner, bei der Preview-Version, die ich hatte, äh, ob das da schon mit drin war. Aber vielleicht war es mit drin und ich habe es einfach übersehen, weil ich nicht wusste, was das bedeutet. Hallo, Gopi. Einen wunderschönen Sonntag, hello. Anstrengend, umso schöner ist das Wochenende auch, wenn es fast um ist. Ich bin seit langem, langem wieder in Coral Island drin. Oh, ja, oh. Ich freue mich sehr auf den, ähm, darauf, wenn das Spiel dann endlich mal so weit fertig ist. Und dann wird auch übelst gesuchtet. Bin sehr gespannt, was sich alles so geändert hat. Das ist ja auch so toll. Bäh. Hier ist Fae Farm, bin immer noch unjohnschloss mit dem Game. Also ich habe jetzt bisher auch nur zwei Streams Fae Farm gespielt. Das ist jetzt der dritte. Ähm, das heißt, ich bin auch noch sehr am Anfang. Aber ich, mein erster Eindruck war bisher immer sehr, sehr gut von dem Spiel. Ich finde es halt richtig gut und süß und es macht Spaß. Und, ähm, ich glaube, wenn man schon auf so Zeug steht, wie Farming Games oder Stardew Valley und so, ich glaube, dann kann man Fae Farm eigentlich auch schwer nicht mögen. Habe ich das Gefühl. Ich meine, hier sind Gegenstände, die wütend sind auf einen. Also, also die, die, die Chaos machen, das ist großartig. Ich finde halt eben diese Kombination des Farming Games und Magie finde ich halt sehr schön. Und ich meine, ich bin ja auch immer noch an der Oberfläche. Also mittlerweile haben ja auch viel mehr Leute mehr Zeit gehabt zum Spielen. Ich konnte ja leider nicht so viel streamen wieder die Woche. Und die letzte Woche gar nicht. Und habe dadurch halt sehr viel, so ein bisschen dieses Momentum mit Fae Farm verpasst leider. Ich meine, ich konnte wenigstens schon vorher ein bisschen spielen. Ich habe was mir Neues schon gesehen und hatte einen kleinen Niedlichkeitsanfall. Oh, bin halt nicht so das Feen-Girl. Hm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auch so ein krasser Feen-Mensch in dem Sinne bin. Aber, äh, ich bin halt gespannt, was dann noch so kommt. Ähm, interessant ist halt vor allem deren, äh, nächster Content, ne, der ja irgendwie noch kommen soll. Für den man dann ja, glaube ich, ähm, ich denke, wenn ich mal irgendwie Geld übrig habe, dann hole ich mir dann auch die, die DLCs schon mal. Hallo? Hallo? Sag mal. Seit wann kommt man denn nicht an die ran? Normalerweise konnte ich doch um, um den drumherum laufen irgendwie ohne Probleme, ohne dass du mich richtig anvisiert. Ähm. Also man kann ja noch diese DLCs quasi kaufen. Das sind dann ja die Content-Updates für den Winter und, ne, Winter und nächstes Jahr im Sommer oder so, glaube ich, ne? Ähm. Und da bin ich doch so ein bisschen so vorsichtig, weil ich halt nicht weiß, okay, wie viel Content kommt denn da wirklich dazu und wenn man es nicht kauft, dann habe ich das Gefühl, dass da wieder so ein bisschen die Fomo kickt, weil man denkt, man verpasst was. Weil ich glaube, dann gibt es auch neue Gebiete und so. Andererseits, wenn die guten Content bringen, dann lohnt sich das ja auch. Aber ich bin auch noch nicht irgendwelchen Feen begegnet oder so. Das, äh, wir sind noch wirklich noch ganz früh dabei. Hab es mir auch geholt und bisher, bin bisher echt überzeugt. Das freut mich, Alicia, dass du da Freude dran hast. Find ich schön. Ich hoffe auch, ich habe ja morgen, ich habe morgen ja meine Projektabgabe. Und wir sind morgen direkt auch die zweite Präsentation, was ganz cool ist. Und ich denke mal, dass ich, ich muss das mit Jules noch absprechen, aber ich denke mal, dass ich morgen noch einen Tag, wenn es passt und er nicht irgendwie Pen & Paper oder sowas hat, dass ich dann morgen nach dem Tag auch wieder streamen werde, um wieder so ein bisschen die Zeit reinzuholen. Ah, ich muss auch sagen, ich habe so viele Spiele, die ich eigentlich irgendwie nochmal intensiv auch spielen möchte. So Above Snakes zum Beispiel fiel mir gestern auch wieder ein, will ich auch alles spielen. Aber jetzt spiele ich ja privat Baldes Gate. Und wenn ich mal was kurzweiliges brauche, suchte ich Vampire Survivors. Oh Gott, Entschuldigung. Vampire Survivors, kurzes Bräherchen gerade. Und Vampire Survivors ist einfach wie Crack. Und wenn ich ein bisschen was, nicht, was ganz so schwerwiegendes wie Baldos Gate brauche, was so intensiv ist, aber ein bisschen Action, spiele ich Prey. Das ist momentan eine wilde Mischung bei mir. Plötzlich so, muss ich wieder streamen. Ah, ja, ich wirklich, mir geht es immer rapidisch schlechter, wenn ich nicht streamen kann. Das ist halt echt so, nicht nur, weil irgendwie der Druck steigt oder so, sondern einfach, weil ich es wirklich vermisse. Ach so, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, ne? 8.45 Uhr, ach cool, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ein sehr wütender Anker, glaube ich. Er guckt böse. Ich finde es halt cool, dass wir es halt auch echt geschafft haben, dass das Kampfsystem angenehm ist, ne? Das ist ja jetzt nichts Aufwendiges. Das ist auch okay so. Aber es fühlt sich halt überhaupt nicht clunky an. Ich habe jetzt in meinem Leben schon sehr viele auch Indie-Farming-Games gespielt und mal reingeguckt. Sehr viele. Und das Kämpfen ist bei vielen dieser Spiele oft sehr... Es ist ganz schlimm, wenn die rudimentär sind, weil die Spiele sollen ja auch zugänglich sein. Aber manche sind echt übelst clunky in ihrer Umgangsweise. Und Payfarm macht das halt echt gut. Keine Ahnung, alles fühlt sich gut an. Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon sehr intensiv drüber geredet. Alles fühlt sich absolut gut an. Kein Gehakel, kein... Ich habe jetzt am Anfang ein bisschen gestruggelt mit der Steuerung und so. Es liegt eher daran, dass ich länger nicht gespielt habe. Aber selbst die ist schnell gemerkt und zugänglich. Ah, das ist schön, äh, Riccardo. Voll gut. Voll gut. Ich finde es geil, dass Baldur's Gate 3 so einen Wiederspielwert hat, ey. Aber ich glaube, ich würde immer wieder genauso spielen. Ich bleibe immer extrem meiner Gewohnheit drin, obwohl das Spiel halt so viele Möglichkeiten hat, es anders zu spielen. Ich meine, meine Spielzeit bei Baldur's Gate, die kommt auch nur zusammen, weil ich halt manchmal zehn Minuten auf den Dialog starre und überlege, wie ich mich entscheiden soll. Und deswegen ist schon einfach die, diese, diese Tat... Also mich dazu zu entschließen, dann mal einen anderen Run zu machen, ist für mich schon sehr schwierig. Weil ich dann ja völlig entgegen meiner eigentlichen Meinung oder Ansichten dann gehen müsste. So.